... ... ... ... ... Der Flinz 280 SE aus dem Baujahr 1970 mit 160 PS wird uns von Christian Vichari und Sabine Rehl präsentiert. Das Fahrzeug wurde, man sollte es nicht meinen, 1990 für 3500 DM, kennt sie nicht, Herbert und Regina Pott, die immer wieder uns jedes Jahr, soweit es die Gesundheit und das Wetter zulassen, mit einem Motorrad oder einem Motorroller an unserer Parade teilnehmen. Dieses Jahr wieder mit der Micro Blizzard aus dem Jahr 1990. Und das nächste Zweiradfahrzeug gleich hinterher, Franz Ochs und Helga Ochs mit ihrer BMW R51-3. Baujahr 1951. Gegen alle Vorschriften, aber heute mal herzlich willkommen ohne Sturzel. Helmut Teichwart mit dem Heinkelroller 103 A2, Baujahr 1901. Ein solch weiß gepflegtes Fahrzeug hier vorläuft. Ein Mercedes-Benz W113, die Modellserie und dann noch als Pagode aus dem Baujahr 1964. Und der Fahrer Klaus Obermöller und Alfred Greif präsentieren uns ihren Alfa Romeo Giulia 1300 TI. Baujahr, Baujahr, ja ich sag mal 69, ist das richtig? Muss mal den Fahrer fragen, hier steht so eine komische Zahl, 1969, 82 steht hier. 69 müsste es sein. Ja sonst hätte er nämlich Geburtstag gehabt, darum muss er ja mal fragen. Und jetzt lassen wir mal dem Besitzer ein paar Worte zu seinem Porsche sagen. Ja das gute Stück ist Baujahr 58. 14 PS, 882 Kubikzentimeter, Top Speed, 17 Stundenkilometer. Ist das was? Dass sie schon nach Hause gefahren waren. Damit hatten sie nämlich nicht gerechnet. Eine Borgwart Isabella steht vor ihnen als Kopie. Ich sage mal, Borgwart Isabella, solange wie sie noch selbstständig waren und bestanden. Die schönsten Autos in Deutschland damals mit. Leider wurde die Firma dann aufgekauft. Unser diesjähriger Klassik, aber nicht nur unser diesjähriger Klassik, sondern vieler Klassikveranstaltungen und Oldtimerveranstaltungen in Essen. Der Ford Galaxy 1500 XL Sunliner V8 352 C I. Von uns Insidern unser Gummibärchenauto genannt, weil wir immer jeder, damit die Stimme gut bleibt, sind wieder mit ihrem Porsche 356 C, 1600 Kubik SC dabei, Baujahr 1963. Es ist eine USA-Ausstattung. Ja, den kennen wir. So wurde er gefertigt und ausgeliefert. 200 PS Manuel und Horst Feldmann präsentieren uns dieses Fahrzeug, das der Rally als Vorausfahrzeug vorausgefahren ist. Es handelt sich um ein original, historisches Fahrzeug, Gruppe B. Der Opel wurde von Vater und Sohn Dagmar Arnolds präsentieren uns mit weißer Schleife. Was ist das denn? Frisch verheiratet? Herzlichen Glückwunsch! Das kostet aber noch gleich eine Kleinigkeit, mein lieber Franz. Helmut Fox und Dagmar Arnolds, frisch verheiratete. Eine seltene Mercedes Heckflosse. Warum Heckflosse? Gucken Sie doch mal einfach nach hinten. Da ist so ein kleines Flößchen dran. Oder Flößchen, besser gesagt. So sagen die Liebhaber dieses Autos auch zu ihrem Auto. Es ist ein Sechszylindermotor. Er wurde 1985 umfassend geschweißt und der Original Sechszylindermotor wieder eingeschweißt.